Machen wir mal rechts klicken. What was noise? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Drifter mit dem Kunran. Hallihallo. Und dem Gorobei. Hallihallo. Yeah. Wollst du mal so mal mit Kunran? Hallo. Bonjour. Oh ich bin Level 10 hier in Monsterschlachten. Ah ok. Dann muss ich das woanders hinpacken. Oh oh oh. Dann habe ich jetzt ein. Ich bin Level 10 in Monsterschlachten. Der haut da wieder auf die Kacke ey. Guck mich an ich bin Level 10 in Monsterschlachten. Nee Philippi guck mich an. Level 10 in Monsterschlachten. Geil. Ja ist ok. Ey Kunran ich habe Wolf Vein Seeds. Ok. Ist das was was du gebrochen kannst? Ja das gehört dazu. Ja auf jeden Fall. Du wolltest ja schon. Ich habe letztens mal wieder irgendwie ein Pre-Intro gesehen, wo du halt wieder angekündigt hast, dass du dich demnächst mal mit dem Thema beschäftigst. Ja. Habe ich ja auch. Und dann habe ich festgestellt okay wir müssen den Wurser töten. Der vorher bringt das nicht. Achja stimmt das ist immer das. Ja. Wir müssen sogar mehrmals töten ey. Ja wir wollten ja den ersten Kristall dann dir geben weil du kannst dann ja. Ich kann ja diesen Raum machen. Genau. Genau. Ich habe dann. Alter wo ist meine komische Pfanne mit der ich hier das Ding aufsaugen kann. Guck mal hat er einen auf der Pfanne glaube ich. Wo ist das Ding? Oder hat er einen an der Pfanne aber. Das sowieso aber. Wer war das denn? Ja das ist mache ich gerade. Ich habe hier dieses Mistring fixen. Konrad muss ja nicht gleich so upragen. Doch das Ding ist laut wie sonst was. Wo ist meine Scheißpfanne? Alter ich habe hier drei Stück von im Raum. Das war doch einer von euch oder? Chill mal deine Gefühle Konrad. Was ist denn los hier bei dir? Was sind die zwei denn? Die Dinger hier. Eins habe ich jetzt noch. Es sticht ja noch in die Wunde weißt du. Warum müssen wir das so laut hier jetzt so sagen müssen. Mach die doch mal weg ey. Wie kann ich meine Waypoints bearbeiten auf der Map? J. J. Und dann auf den Waypoint klicken oder was? Richtig. Geht nicht. Ne du hast J und oben hast du so eine Fahne. Ich habe eine Fahne. Ich habe eine Fahne. Ich habe eine Fahne. Ich habe eine Fahne. Du dürftest in der Map ja noch gar keine Fahne. Also keine Waypoints haben. Der hat doch meine Deathpoints. Ja die kannst du löschen. Oder halt hingehen. Und Name ist hier zu Hause ist wo du gekommen bist. Ohne gleich. Ist das Zeichen. So. Bist du so ein GZSZ Gucker? Ne war ich mal. Das war so eine Fahs. Du weißt wo das kommt. Sonntags morgens kam da immer die Wiederholung. Ich glaube die kommt immer noch. Von allen Folgen der Woche habe ich mir die reingezogen. Echt? Ja. Krass. Nach dem Suf und so war das geil. Nach dem Suf. Okay das entschuldigt wieder alles. Aber wenn du da erstmal drin bist, ist es halt wie jede andere Serie auch. Wenn du erstmal drin bist, dann musst du weiter. Ja aber ist das nicht so mega kitsch und völlig dumm? Doch. Es ist auch jedes Mal das gleiche. Ja eben. Aber nichtsdestotrotz habe ich halt geguckt. So. Oh nein der Arzt hat jetzt mit ihr gebumst. Was wird er wohl nächste Folge machen? Ja. Und nächste Folge bumst er dann mit der anderen. Und dann werden die eifersüchtig auf den anderen. Und dann ist die Kacke am Dampfen. Und dann ist sie doch lesbisch. Das ist so die typische Ahnung im Strang glaube ich. Und dann ist sie doch lesbisch. Ja ich glaube so war das. Erinnerst du dich sogar noch an die Storystränge? Ich habe aber den Anschluss verloren. Hier Goro 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 Goro. Ein Bia oder so. Was denn los? Hier. Mach mal rechts klicken. Ich höre das leider nicht. Ging gut ab sagst du? Was hört ihr denn da? Es ist immer noch ein Researcher. Was für ein Geräusch hört ihr denn da? Telefonbücher zerreißt oder so. Oh dann kriegst du alle Researches die da drin sind so. Ah ok dann weiß ich wie es ist. Aber dann gestapelt tausendmal hintereinander ne? Ja. Ok dann weiß ich wie es das ist. Ja das kannst du jetzt theoretisch irgendwie. Unten rechts geht jetzt gut ab hier. Ja das stimmt. Das ist die dunkle Magie. Ich mach grad das Becken zum Baden fertig damit wir das dagegen tun können. Das steht da immer noch. Bleibt das da stehen? Nein das hat man tausendmal in der Zeit während man das gemacht hat. Und jetzt ist immer noch Research acquired. Ja das ist. Du hast jetzt alle mein Wissen in dem normalen Buch drin. Das hab ich dir ja auch gegeben. In dem Buch ohne Punkte. Und das kannst du theoretisch in die Kiste packen und nie wieder benutzen. Ist das so? Da steht sogar drin das es von mir geclaimed ist oder so ne? Oder von meiner Research. Das da meine Research drin ist. Ja. Ah ja jetzt hab ich hier auch so komische Sachen. Hast du Defekte? Ja. Das ist das Einzige was wir nicht wollen. Ja. Wahrscheinlich. Da wird die nicht immer wirklich bescheuert. Wenn ich Paras schieb, schieb die auch. Ich will nicht alleine sein. Ja genau. Aber hör mit. Aber Nephi. Aber hör mit. Was sagst du wir sind drin? Alles gut. Aber Kundran. Aber Kundran. Was kann ich damit denn jetzt schönes machen? Ich brauch jetzt erstmal so einen schönen Zauberstau. Miss Piggy. Obsidian Sephora. Nein. Ein Taumion Boss Silver Wood Stuff. Ach du meine gute Taumion. Ne das ist immer noch nicht der krasseste. Der krasseste wäre mit Void Metal. Aber ich hab Taumion nur gerade. Wo hatte ich das denn letztens gehört? Dass der Puppenspieler der Miss Piggy spielt. Irgendwie so sich fühlt wie so ein LKW Fahrer im Körper einer Prinzessin. Oder wie war das? Ne wie eine Prinzessin im Körper eines LKW Fahrers. Ich glaub so war das. Was? Hab ich irgendwann mal gehört. Hä? Warum? Warum ich das gehört hab? Oder warum er das fühlt? Warum fühlt der das so? Keine Ahnung. Weil Miss Piggy eine innerliche Schönheit ist aber aussieht wie ein Schwein? Wahrscheinlich. Okay. Aber Miss Piggy hat sich ja von Kermit getrennt schon vor langer Zeit, nicht? Ja, das ist ja. Ja. Eine lange Zeit ist relativ. Ist schon paar Monate her. Ja. Die kommen wieder zusammen. Natürlich, Koro. Ein bisschen wie GZSZ ist das. GZS. GZS. Wenn ich in der komischen Tisch gucke, auch noch mehr dann? Ja. Ne. Doch. Ich hab keine Aspekte mitgenommen. Ich hab keine Aspekte mitgenommen. Ne. Da ist immer noch. Ich hab hier unten keine Nicht-Klappen. Du siehst nicht die Aspekte? Nein. Ich hab jetzt immer noch Ordnung. Aber du siehst alles im Buch? Ja. Im Buch seh ich alles. Dann bau dir bitte mal. Warte. Ich geb dir mal einen. Hier. Hast ihn jetzt? Okay. Ja. Äh. Scann mich mal. Soll jetzt irgendwas passieren? Unten rechts müsste stehen, entweder ob du zu doof bist oder das ist. Muss ich was drücken dafür? Rechtsklick. Guck mal. Entweder da steht, ne fest oder da steht bau. Understand this you need to. Okay. Dann scann mal ne Fackel. Achso. Du hast was bekommen? Understand this you need. Ach ne. Jetzt hab ich irgendwas gegant. Oh. Das will ich erstmal mitmachen. Okay. Mach das mit. Weil dann musst du die Aspekte noch scannen. Das ist ja voll dumm. Oh. Leck. Äh. Was ist hier vom Haus? Hä? Das war ich. Ich mach da grad was hin. Ein Spa. Eine Spa? Ein Spa. Ne, die brauch ich. Hm. Das nehmen wir mal. Oder können wir die nehmen? Perfekt. Die? Warte mal. Wir haben zwar nicht mehr so viel Zeit, aber ich kann nochmal gucken hier an unserem Hashtag, weil da kamen ja ein paar Twitter-Nachrichten rein hier. Achja, ich hab zugemacht vorhin ey. What was noise? Something is behind you. What? Ha 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 ha. Ich hatte eben nur so ein komisches, ja, um mich rum. Ja, da kommt auch der krasseste Scheiß auf euch zu. Ich glaub ich will das gar nicht mehr. Ich will das nicht, ich kann nicht das wieder löschen. Ich muss die Datei dann nur vom Server löschen, dann habt ihr das nicht mehr. Ah nein. Zu wenig? Eine Spinne? Äh? Wie sich hier hertrauen? Ein normaler Minecraft Gegner? Ah nein. Wieso dauert das so lange mit der Scheiße? Angenommen, ihr sitzt mit allen von Trouble Town auf einer einsamen Insel fest. Was würde passieren? Würdet ihr überleben? Wer leitet die Gruppe? Wer baut einen Unterschlupf? Wer dient im Notfall zuerst als Essen? Was ist das denn für ne Frage? Vor allem, wer dient ans Essen, find ich gut. Kann man mal drüber reden. Wen würden wir essen? Boah. Tau Tau. Warum Tau fahrt? Ja, ich bin ja auch nicht gerade der Gin. Warte mal erzählen. Er ist glaube ich von der Körpergröße, oder? Sudden Unnature Hunger Consumption. Wenn du das hast, musst du Zombie Brains essen. Brains? Ja. Wer dient als erstes als Essen? Ich glaube die Leitung... Wer wird die Leitung denn übernehmen? Wir würden uns zerfetzen, glaube ich. Glaube ich nicht. Ich glaube die Leitung wird aber... Wobei ich glaube es würden sich so Gruppen bilden. Ja, genau. Wie immer. Was? Gruppenbildung? Sowas doch nicht. Aber wer würde die Leitung so übernehmen? Ich glaube, jeder wird... Ich glaube, ne Leitung wird es nicht geben. Ne Leitung wird es halt nicht geben, weil jeder einfach nur den Aufgabenbereich übernimmt und dann ist gut. Aber was für Aufgaben willst du denn übernehmen? Ich weiß nicht. Gehe ich Früchte pflücken, ey. Weiß ich nicht. Ja, so viel hast du eigentlich drauf. Was? Hat er nicht gesagt. Hat er nicht. Hat er eigentlich nicht gesagt. Ne, hat er eigentlich nicht gesagt. Ich helfe dir nur beim Fotoshopmen. Das ist ein bisschen ätzend mit dem Gehirn essen. Weil man auf die irgendwann langsamer ist. Ja, das stimmt. Sag doch einfach mal Kunran, was glaubst du denn auf der Einsamen Insel? Keine Ahnung. Ich glaube, ich wäre so der Macher, der dann das Haus baut. Der Macher, ey. Der Checker. Der Maker. Der Maker. Der Maker, nicht der Checker. Nennt mich The Maker. Gutes Video, übrigens. Du müsstest immer gucken auf YouTube. The Maker. Was? The Maker? Dauert aber zu lange, dass wir zwischendurch gucken können. Ne, aber als Ingenieur... ...wird das glaube ich am ehesten liegen. Und ich weiß nicht, wer der so... Wer der... Wer da sonst noch so... Wer der alles direkt so machen würde. Ich meinte, wer der Babo ist. Genau. Und man weiß halt, wer der Babo ist. Wer ist denn der Babo? Schabos, wer ist denn der Babo? Oh Gott, das. Ich glaube, es gibt Leute, die glauben, sie werden der Babo. Ja, boah. Aus mich sind wir ja der Babo ist. Aber in so einer Situation kannst du auch nicht mit den Leuten rechnen, die jetzt irgendwie gut im PvP sind, oder? Es gibt ja auch keinen PvP. Die Insel... Wir sind auf einer einsamen Insel. Was willst du da mit PvP? Da gibt es ja keine anderen. Ne, aber es gibt... Überleg mal, ey. Wenn wir auf einer einsamen Insel sind, wie schnell da Krieg ausbricht zwischen den Leuten. Meinst du? Ja. Glaubst du wirklich, dass da... Das glaube ich. Ich wäre mir da nicht so sicher. Darfst du alle zusammenarbeiten, um versuchen zu überleben? Schon. Ich glaube, in so einer Notsituation stehen die Menschen mehr zusammen, als man das erst mal denkt. Okay. Ich weiß nicht, was ich machen würde. So viel kann ich wirklich nicht. Angeln darf ich. Du könntest unseren Nachwuchs unterrichten. Jetzt. Wir müssten Nachwuchs züchten. Wir müssen zeugungsfähige Frauen mit den... Mit wem würdest du denn Nachwuchs züchten wollen? Wir müssen zeugungsfähige Frauen mit einem TT reinbringen. Zeugungsfähige Frauen. War das jetzt so eine Beleidigung für alle TT-Frauen? Nein. Aber... Ja? Ich bin jetzt immer so... Ich würde mit TT-Frauen nichts anfangen. Also mit den Mädels, die einen TT... Vor allem erstmal sind die ja alle meistens vergeben. Sind sie alle, ne? The light suddenly becomes overwhelming bright and burn your skin. Jetzt ist alles hell bei dir, ja. Jetzt ist alles hell. Ich brauche keine Fackeln mehr. Nee, aber nur kurz, oder? Alter, ich schieb die Paras vier Minuten. Wie viele haben wir denn jetzt? Vier, oder? Was? Mädels? Ja. Äh, Nancy? Anne? Anne? Bibi? Die Detective Lady? Ach, die ist ja neu dabei. Oh, haben wir das jetzt? Das wissen die Leute vielleicht noch gar nicht. Doch, die haben das im Kanal-Banner. Ja! Also... Wow. Das ist kein Geheimnis mehr. Ja, aber es ist... Es gab kein Presseschreiben dafür. Oh, stimmt. Nicht angekündigt. Wir haben es doch nicht rausgehauen. Warte mal, aber wenn... Das waren vier jetzt, ne? Ja. Ja, ich weiß nicht, haben wir noch mehr? Chigo. Chigo haben wir auch noch. Stimmt, Chigo. Sind also zwei verheiratet... Okay, Detective Lady weiß ich nicht, aber zwei verheiratet und... Verheiratet?! Anne nicht schon verheiratet? Ja, Nancy ist auf jeden Fall verheiratet. Achso, zwei verheiratet. Und Anne meine ich auch. Oder nicht? Verlobt, oder? Die sind ja verheiratet. Genau. Aber ist auf dem Weg dahin zumindest. Mindestens das. Ja. Richtig. Anne. Anne ist verheiratet. Ist schon? Ja, ja. Warum waren wir nicht eingeladen? Weil das unten in Wuppertal war oder so. Ja und da wohne ich doch um die Ecke. Oder, keine Ahnung, tiefsten Bayern. Oder CP-Warser zwischendurch. Ich auch. Oh, Gottes Willen hier. Aber naja, gut. Wieso nimmt's... Was? Ja? Ne, mach du. Ne, mein OBL kann sein, dass meine Folgen scheiße aussehen. Aber mach mal. Ja, dann hoffen wir mal, dass die nächste Folge besser aussieht. Weil lass doch erstmal ein Like da und wir sehen uns im nächsten Part war. Ciao. Und tschüss. Ich schipp immer noch Tars. Ich schipp immer noch Tars.